Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, qualitativ sehr gut. Allerdings waren mir die beigepackten Dübel nicht vertrauenswürdig, da ich einen schweren Flat aufhängte. Ansonsten sehr gut, Felna Robert. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.